So Freunde, die Crew ist wieder vollzählig, komm mal. So Judy geht ins Wasser, heute Nacht kaum angekommen, ab ins Wasser und dann gestern habe ich sie aufgeklärt, dass ab 17 Uhr hier sich Grauhaie-Tummel unterm Boot und jetzt ist es um 11 Uhr rum und zack, die Bade Nixer. Nixer kann sie, aber Bade Nixer kann sie gut. So, wunderbar. Dahinter fahren die Jungs, zurück vom Fischen, das ist unser super duper Ankerplatz. Aber jetzt sind keine Reihe runtergelegt, oder? Nein, jetzt schlafen sie. So gar gut. Judy, wo ist der Hai? Wo ist der Hai? Okay. So sieht das aus, die Bucht. Ja, da hinten ist das Boot von Paul, unserem Freund. Auch die Kartusche, Kartusche. Da ist der Jong. Und da hinten ist Morea. Da wollen wir eventuell am Dienstag hin, wenn alles klappt. Und hier, wenn man sich nach unten umschaut, ist die Wäsche, die trocknet seit gestern Abend. Und der neue Generateur, der wird jetzt quasi in der Backkiste eingebaut, weil ich auch keinen Bock mehr habe, das Ding, die Dinger zu schleppen und in der Werkstatt und raus ins Cockpit. Jetzt wird er hier fix eingebaut und gut ist in der Backkiste. Da wird Werkzeug nicht bereit, da wird ein Loch ausgesägt, ein Auspuff und noch mehr Atemlöcher, dass er gut Luft kriegt. Und dann wird er schon passen. Ja, alles soweit ausgeräumt. Unser Weggelche, das wird geschenkt jetzt. Das brauchen wir nicht mehr. Das haben wir vielleicht nur einmal benutzt. Einmal in Teneriffa und einmal auf FIVA-OA für das Diesel. Das brauchen wir nicht. Ja, soviel dazu. Hallo. Da ist wieder die Badenixe. Ich blende euch mit meiner Weisheit. Ja, ein weiser Spruch. Auf dem deutschen Winter, in den italianischen Hochsommer oder so. Ja. Aber hier soll ja auch bald mal dünner einkehren. Ja. Das Tahiti schneit das nur in den Discos. Aber ja, hier kam Miss Judy da, wieder so Hippie-Tücher aufgehängt und so. Und da ist der Volkssport Nummer 1, WA. Die sind hier immer kräftig am Paddeln. Macht auch Spaß zuzugucken. Aber nicht dem so trotz, ich will heute hier damit gleich fertig werden. Mit dem Projekt Generateur und anschließend zum Pole Zylinderkopfdichtung wechseln. Das sind nur drei Zylinder. Es dauert nur die Hälfte, wie beide Wichsen von der Zeit her. Passt. Also, tschüss und bis bald. Und das darf ich euch nicht vornhalten. Freunde, herrlich. Und das öfters mal am Tag. Das lieben sie. Und da sind sie wirklich gut drin, hier auf Tahiti. Was gibt ein besseres zu Paddeln? Das ist tolle Musik. Und es macht einfach Spaß. Und hier wieder fahren andere Endgegner. Die sind vom anderen Paddeln-Club. So sieht es aus. Über den Bergen sind wie immer Wolken. Da soll es auch regeln, aber nicht hier. Jetzt aber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir. Dann sehen wir. float. Da ist Correct. Da geht weiter.